kinders wir haben es geschafft 100 abonnenten wir sind drüber wir haben 104 geknackt let's fetzt die party alle ok ist mein lieber nicht ja danke euch über 100 letzte woche hatten 99 und jetzt sind wir bei 104 für manche mag es wenig sein 100 oder 104 aber für mich ist es was ja deswegen danke 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 macht fleißig mit uns es kann sein dass sich nächste woche vielleicht etwas ändert also am material nicht uhrzeit oder tag wie die letzten ja ich habe vielleicht etwas vor ich weiß nicht ob es das nächste woche hinkriegt oder übernächste woche aber nein ich hau das ohne ich hau das als special raus ja ich habe das als special raus egal lasst euch überraschen danke das wort hat mir gefehlt wir fangen an mit dem neuesten video von denen von mvh kann man 27 mädchen haben heute 29 vor zwei tagen das ist braun gut aus raster fouls und raumtore er warte mal so bevor wir jetzt hat hat sich schon gemerkt ok kurz einmal klicken ok dann wieder zurück gut let's go ach so es gab ein mensch entschuldigung wenn ich das jetzt erwähnen muss dass ich immer getriggert gefühlt hat ich muss es machen die bestimmte person ich mache ich ziehe es durch das juckt mich nicht so jetzt geht es los krass so ein assi brauche ich letztens haben ok schon ein bisschen länger her war da haben wir einen krassen schriegert der ansagen raus gehauen hat und jetzt haben wir mal ein assi alter weil er wir machen von neu wir machen von neu so so er komponenten und hat ihn jetzt heftig erwischt zieht euch den rein hat wir haben noch einmal hin runter 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 Hau ihn raus, hau ihn raus, hau ihn raus, sieht man das? Geiler Asi, sorry, wenn ich es jetzt gerade so am Stück gelassen habe, Killer Asi, geil, älterer Herr, steht stramm und haut einen harten Ton raus, passt, perfekt, Killer, den will ich Oh, sorry, ich wollte es mich gerade sagen, jetzt habe ich einen Schiri gefunden, ich habe einen Asi gefunden und letzte Woche hat man einen Fan gehabt Die Kombi, Killer, ich habe einen, der mich feiert, ich habe zwei Schiris, die mir helfen, Knallade Ansagen zu machen, ey, das war das beste Spiel, Alter Bitte sagt mir, dass der, blblblbl, sagt mir jetzt nicht, dass der Typ mit der Regenjacke der Schiri ist War das der Schiri? Seit wann rennen Schiris mit einer Regenjacke rum? Digga, ich hatte Hagel, ich hatte, ey, wir hatten Hagel, das waren Oschis, Alter, wir hatten Nebel, wir konnten nicht mal bis zu, ey, was ich schon durchgemacht habe, Wetterbedingungen Fuck my life Ja, definitiv, also, ja, natürlich, aber krass, ja, das ist der Schiri, ja, anders, schwarze Schuhe und dann, also, warum die schwarze Schuhe Sache ist, Schiris haben, oder müssen sogar, ist es immer noch so? Aber ich glaube schon, ja, immer schwarze Schuhe haben Aber ist auch witzig, ne, der nimmt den seinen Fuß mit, der beißt kurz rein und schreit ihn dann an Geht auch Oh, das Video ist so Oh, das Video ist so Cooler Dude, ey Ja, da hätte ich auch weiter spielen lassen Wir gehen, wir gehen nur kurze Steps zurück So Zack, Ball, er ist halt mit reingekommen Ja Quatsch mit denen am besten Okay, passt, er zieht sie jetzt zu sich So ein bisschen runterkommen Ich hätte auch nicht gepfiffen Einwurf für die blaue Mannschaft Okay, das war jetzt mal am besten gefühlt, gar keine Aussage, also Jungs so ranziehen Die haben einfach selber mit sich gequatscht, er steht da und grinst und zieht sich halt die Schau rein Ja, geht auch, wenn es mir Spaß macht Aber ne, er hätte da schon ein bisschen mehr quatschen können Ui, wie hat sich der Ball angehört Ja Oh nein Warte, was hat er gesagt? Warte, was hat er gesagt? Warte, was hat er gesagt? Was, so ein Ich habe sie aber jetzt gerade nicht verstanden Anscheinend hat er irgendwas gesagt, ich will jetzt, dass ich gar in Zeit jetzt zurückspulen, dass ich jetzt irgendwann verstanden habe Aber nice vor dem Typen, dass er gesagt hat Ey, sowas sagt man nicht, komm mal her Geil, sowas zu hören Oder halt in dem Sinne zu sehen Megageil Weil sonst wird ja einfach wahllos beleidigt oder sonstiges was und keiner schreitet ein Der Typ hat reagiert Was ist mit dir los? Richtig motiviert Also ich Also Dem Rot-Weißen Spieler Das war Null seiner Absicht Der ist auch stehen geblieben Ey, sorry Also ich glaube Also Kinder Also man denkt jetzt, die schreien so krass rum Hier So Er spielt den Ball weg Und er ist halt unter ihm und ist halt auf ihn rauf Das war aber mit nem Ich Das war keine Absicht von dem Jungen Ja 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 Er wollte noch drüber springen, Mensch Ja Hab ich auch nicht gefilmt Nee, aber Na, pass Lass ihn tanzen Nur die Ball in gucken Nur die Ball hin gucken Ball gespielt passt sie kann man das besser das ist das problem auch schon einmal zu viel hatte sie jetzt besser gesehen aber ich hätte auch gesagt ball gespielt so wie es eigentlich jeder gesagt hat und gesehen hat glaube ich alle hat gepasst Oh, nice gemacht, sehr schön. Du hast ihn erwischt, Bro. Ja. Aber wieder Karte oder sonstiges was oder sonstiges, ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Schau, wir glübschen, glübschen, das. Okay. Jeder hat es akzeptiert. Letzter. Fühle ich jetzt nicht. Fühle ich jetzt nicht. Fühle ich jetzt nicht. Fühle ich denn. Fühle ich mit beiden Fühle. Dann sagt sie, es war ein Vohlberg. Was ist das? Hör weiter. Bin zu hässlich schüttet. Läuft lang. Martin Das ist echt so, Martin mit Y Gute Name Hier, da hat es auch geschüttelt Und der Schidi hat keine Regenjacke So eine Kacke hier Weiter geht es Wie schön, das habe ich noch nie gesehen Schiri mit einer Regenjacke, Alter Holy shit Das ist jetzt gerade immer noch in meinem Kopf drin Wie ist er dann im Winter mit einer Der kommt mit Handschuhen und mit Ding Mit Schal und sowas Oh, hau ab, warte Boah, hau ihn rein Hau ihn rein, Dicki Wow, killer Krass Sehr schönes Freistoßtor Sehr schönes sogar War echt nice Ja, Bro Nach drei Jahren Das Ding ist, ich kann es auch sagen, warum das so passiert ist So Jetzt hat er Zweikampf Er kriegt sich mehr ran Zack, zack, zieht Ja Aber ja, du hast dein Bein gegessen, Bro Oh ja, man sagt, er ist rechts, Bro Es war ein Voller, er hat es auch sogar akzeptiert Sagt, ey, sorry, also in dem Sinne geht er runter Hat er mich beleidigt oder sonstiges was Aber er, oh ha, man denkt dein Bein ist ab Wohin rennt der lang? Cool, Morda, cool, hab ich auch nie gesehen Geil, das ist, sowas ist cool Sowas ist witzig Cool gemacht Tschüss, Schlamm Was für Ey, bitte lass das Holy fuck my life Was ist da passiert Okay, schau Zack Okay Vorteil Er kommt ran, perfekt Und jetzt sag, zack Zack Zack, zack, zack Und zack Killer 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 Morda, diesen Jubel hast du dir verdient Morda, diesen Jubel hast du dir verdient Geil Okay, bricht ihm nicht seine Runde Beine noch oder erstickt ihn so Der soll noch weitermachen One-Touch-Football Nein Ja Schade Alter, das war ja Ja, das Problem ist bei den beiden Also bei dem Spieler mit dem schwarz-weißen Äh, schwarz Schwarz-gelben Trikot und dem Torhüter Die wussten halt glaube ich halt nicht, wer halt rangehen sollte Aber Ja, so Was ist los? Was ist das? Sind wir noch in der Kreisliga? Geil lang Was ist Gib dir mal Oh, Paz Killer Geil Oh, sehr schön Oh, kriegst du ihn? Nein 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 Bro Stark vom Keeper, Alter Dass er immer weitergemacht hat, immer weitergemacht hat Bei dem einen noch abgeprallt hat und sonstiges was Aber Mann, hatten die so Oh, schade für die Jungs, ey Schade Oh, Tor war zählach Oh, Tor war zählach Nein, geh nicht rein Oh, shit Dass der reingeht Ne Fuck my life Mordok Was ist los, Lan? Was ist das? Schon mal Patz Und Killer Killer Ich meinte aber nur so, weil dann sieht man dieses Ding Ich hab keinen Bock mehr drauf Gut Kinders, wir sind fertig Neues Video Reacting Von M.V.H Hahaha Äh, geile Tore Krasser Shit, Lan Was war das nochmal? Äh, der Volli Den seiner gerade Dieses Dribble Also, wo er die ausgetrickst hat Wo er zuerst Vorteil war Und dann Äh, krass Krasser Shit Was Neues gesehen Geht einfach hinter den Zuschauern Applaudiert sich selbst Hahaha Geil Geil, 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 geil Echt Diese Die Jungs haben sich das echt verdient Dieses Tor, Mann Geil Ähm Zu den Schiris Ja Ein paar kleine Also echt nur kleine Ansätze Aber trotzdem Was sucht ihr mit einem Regenmantel da drauf? So ne Kacke Echt Verstehe ich nicht Gut Ich hoffe es hat euch gefallen Und Ja Wir sehen uns wieder nächste Woche Ja Ja Wir sehen uns nächste Woche Also Kinders Soll ich das schon? Na Das mach ich noch nicht Ich mach das nächste Woche Dann Ja Wegen dem Special Ich hab was Ich hab was in Planung Und ich muss mal gucken Ob ich das hinkriege Äh hinkriege Gut Euch noch einen schönen Abend Morgen Mittag Wann immer ihr euch anguckt Und bis zum nächsten Mal Tüllü Hahaha Oh Bevor ich jetzt Ende Zu Ende mache Ich setz noch einen drauf Auch nur für diesen einen Zuschauer. Nur für den einen. Killer, Bro. Killer.